Wenn du mich schon wieder so beobachtest, dann drehst du dich. Ja, ich weiß, du kennst das schon. Okay, das Video endet, wenn ich was sage. Und was ich sage ist, dass ich dich sehr liebe und dass ich mich sehr auf einen kleinen Beruf freue. Das ist schön. Und dass ich mich sehr aufgeregt bin, wann sie kommt. Danke. Ich denke, dass sie aber noch ein bisschen braucht. Ja, ich denke es auch. Okay. Fertig. Nee, das war es nicht. Ich muss noch aufnehmen. Ach. Ja. Du schaffst das. Also was sagen, ja? Oder was machen? Ich habe da einfach so festgelegt, dass es was sagen ist. Also wir machen was sagen. Nee. Wir machen was machen. Ja, wir machen was machen. Nee, ist nicht mein Bauch streicheln. Dich? Nee, auch nicht. Nein. Ein Kurs? Nein. Zwei Kurs? Nee. Drei? Ich nehme die trotzdem, aber das musst du nicht machen. Also nicht fürs Video. Hier ist mein Ding. Das ist sehr hübsch. Okay. Ähm. Tag? Nein. Was sehen? Nein, bitte nicht. Ja, ich finde es auch eine Richtigkeit. Ich will sowas nicht schreiben. Willst du was von mir haben? Nein. Das Video endet, wenn... Ina... Jetzt geht. Nein. Wenn Ina... Ja. Sagt, dass sie euch liefert. Auch sehr süß. Richtig doll. Nein. Nein. Versuch es weiter. Wasser. Kühltrag? Nee. Essen trinken? Nein. Trinken? Nein. Äh? Oh, ich habe Nein gesagt. Ich glaube, wir machen es mal ein Richtiges. Kuscheltier? Nein. Irgendwas, was peinliches? Nee, ist nichts peinliches. Geheimnis erzählen? Nein. Ich kenne auch keins. Du musst... Also es ist was machen, aber es ist nichts peinliches. Ja, danke. Habe ich schon mitbekommen. Es ist was richtig easy, ganz einfach. Ist es an mir oder muss ich irgendwo hin? Nee, dann kannst du es bei dir machen. Ich weiß es nicht. Bubu. Nee, fast. Es war schon gut. Das war schon gut, aber nicht mit dem Fuß. Ja, das war auch schon gut. Hä? Was macht man?